Moin Moin! Wie gehst du eigentlich mit dem Thema der Corona-Krise um? Bist du sehr ängstlich und besorgt oder siehst du möglicherweise auch hier und da die Chance, jetzt über einige Dinge nachzudenken und vielleicht sogar einige Dinge jetzt neu aufzustellen? Mein Name ist Sarah Lindner. Ich bin Unternehmerin, ich bin Investorin, ich bin Mutter und ich bin eine der fünf Frauen des Lady Investor Club. Wir sind fünf Gründerinnen und fünf visionäre, starke Frauen und wir beschäftigen uns gerade intensiv mit diesem Thema Corona-Krise und was das auch für unsere finanzielle Unabhängigkeit bedeutet, beziehungsweise was wir jetzt tun sollten, was wir möglicherweise lassen sollten. Wenn du das spannend findest und wenn du sagst, ich möchte auch diesen Club kennenlernen, dann leg los, dann melde dich an und zwar auf dem Link. Wir machen einen Live-Call, das ist komplett kostenfrei für dich und wir reden über dieses Thema und wir freuen uns, dich kennenzulernen. Datum und Uhrzeit, alles neben dem Link. Bis dann, wir freuen uns gemeinsam mit dir durchzustarten. Ciao!